Jetzt geht es wieder los, meine lieben Zuschauer, und zwar hat Bill Gates die nächste Pandemie angekündigt. Er sagt uns den Namen der Pandemie, er sagt uns, wann sie ausbrechen wird und wo sie ausbrechen wird. Alle Details in diesem Video, los geht's. Eventuell erinnert ihr euch an das Center for Health Security, das vor drei Jahren in den USA das Event 201 abgehalten hat, also das Event 201. Und dieses Event 201 ist eine Pandemiesimulation, welches die Folgen einer Pandemie zeigt und eventuelle Gegenmaßnahmen wie Impfungen vorbereitet. Und wenn du auf die Webseite dieses Events 201 gehst, dann kannst du ganz genau sehen, wer der Sponsor dieses Events war. Und dort steht, the Johns Hopkins Center for Health Security in partnership with the World Economic Forum and the Bill and Melinda Gates Foundation hosted Event 201, a high-level pandemic exercise on October 18, 2019 in New York. Zu Deutsch, das Johns Hopkins Institut für Gesundheit, Sicherheit veranstaltete im Zusammenhang mit dem Weltwirtschaftsforum und der Bill und Melinda Gates Foundation am 18. Oktober 2019 in New York das Event 201, eine Pandemieübung auf hohem Niveau. Und bei dieser Übung ging es darum, wie sich dann die Gesellschaft und die Öffentlichkeit und auch die Regierung verhalten muss, gemeinsam zusammenarbeiten muss, um halt weitreichende wirtschaftliche und gesellschaftliche Folgen zu mindern. Und sehr beachtlich dabei ist, dass diese Pandemieübung damals im Oktober 2019 gemacht wurde, also einen Monat bevor Corona in China gestartet ist. Und es gab sogar einige Menschen, die behaupten, dass Corona gar kein natürlicher Virus ist, sondern dass er in China gezüchtet wurde und dann auf die Welt losgelassen wurde, um danach viel Geld mit Impfungen zu machen. Und vor zwei Monaten hatte sogar der Fokus offiziell darüber berichtet mit dem Titel Neue Studie, deutsche Forscher sicher, SARS-CoV-2 stammt aus einem Labor in China. Es gibt also wirklich Leute, die sagen, das World Economic Forum und die Bill Gates Stiftung haben zuerst das Virus in dem damaligen Event 201 geprobt, das Ganze dann freigelassen in dem Virus und danach eine ganze Menge Geld zusammen mit der Pharmabranche gemacht. Was da jetzt dran ist, weiß ich nicht. Das will ich auch gar nicht bewerten. Das kann halt jeder für sich machen. Ich weiß nur, dass gerade jetzt die nächste Pandemie simuliert wird und die ersten Stimmen laut werden, dass genau das Gleiche passieren wird wie damals bei Corona. Deswegen solltest du dir auf jeden Fall den Ort und das Datum des neuen Ausbruches dir merken und eventuell das Ganze in deine zukünftigen Urlaubsplanungen einfließen lassen. Also starten wir direkt mal durch mit den neuen Infos zur nächsten heißen Pandemie. Die aktuellen Übungen heißen dazu Catastrophic Contagion Global Challenge Exercise. Zu deutsch Katastrophale Ansteckungen, die Übungen für eine globale Herausforderung. Und zu dieser neuen Pandemie gibt es dann eine Webseite und ein sehr, sehr interessantes YouTube-Video, was wir uns gleich anschauen werden. Schauen wir erstmal auf die Webseite für ein paar Basisinformationen und danach das YouTube-Video mit den ganzen Daten. So, hier auf der Webseite kannst du die Teilnehmer dieser Übung sehen und in der Mitte siehst du dann auch Bill Gates natürlich auch daran teilnimmt. Und weiter unten steht, das John Hopkins Center for Health Security führt in Zusammenarbeit mit der Weltgesundheitsorganisation und der Bill Gates Stiftung am 23. Oktober 2022, also vor kurzem, in Brüssel eine Pandemieübung durch. Die außerordentliche Teilnehmergruppe bestand aus zehn aktuellen und ehemaligen Gesundheitsministern und hochrangigen Gesundheitsbeabten aus Senegal, Ruanda, Nigeria, Angola, Liberia, Singapur, Indien, Deutschland sowie Bill Gates. Die Übung simulierte eine Reihe von Sitzungen des Notfallberates der WHO, die sich mit einer fiktiven Pandemie befassen, die in naher Zukunft spielt. Die Teilnehmer setzen sich wieder Frage auseinander, wie auf eine Epidemie an einem Teil der Welt reagiert werden kann, die sich dann schnell ausbreitet und zu einer Pandemie mit höheren Todesraten als Corona-19 wird und Kinder und Jugendliche überproportional trifft. Die Teilnehmer werden aufgefordert, angesichts der Unsicherheit, dringende politische Entscheidungen mit begrenzten Informationen zu treffen. Jedes Problem und jede Entscheidung hatte schwerwiegende gesundheitliche, wirtschaftliche und soziale Auswirkungen. Also das steht dort auf der Website und lässt ja schon mal einen guten Vorgeschmack kommen. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal im Video an. Ah, da schon der erste Fakt. In zwei lateinamerikanischen Ländern, also wahrscheinlich Süd- und Mittelamerika. Ist natürlich blöd, dass ich hier gerade in Costa Rica wohne, also wahrscheinlich direkt im Hotspot. Also muss ich mal gucken, ob wir vielleicht noch irgendwo anders hin auswandern. Aber schauen wir mal weiter. So, und da habt ihr auch gleich den Namen des neuen Virus gehört. Und zwar Severepidemic Entovirus Respiratory Syndrome 2025. Super schwer auszusprechen. Kurzform SERS 25. Ja, das Ganze heißt ungefähr übersetzt schweres epidemisches Enterovideus Atemweg-Syndrom 2025. Also den Namen gut merken, weil den Wert hier in Zukunft noch etwas häufiger hören. Außerdem siehst du hier direkt auf der Karte die zwei Länder, wo es die ersten Ausbrüche gibt. In Nueva Esperanza und San Rafael. Leider weiß ich jetzt nicht, wo das sein soll. Ich versuche ein bisschen zu googeln. Also irgendwo Latein und Mittelamerika. The past six weeks alone, there have been 500 confirmed or suspected cases reported. The virus could cause a severe pandemic if early containment and mitigation efforts are not successful. The pandemic in this type of situation and trend would be a risk for the global health security. Pandemics are inherently political, financial and so much broader. We have not spoken on the leadership in the country. And I think that we need to be also very careful. Ja, also jetzt im weiteren Video. Also das war ja gerade der eine Einspieler von dieser simulierten Pandemie. Und jetzt diskutieren hier die Teilnehmer, wie sie darauf reagieren sollen. Das geht noch ein bisschen länger. Das Video dazu verlinke ich dir auch unter meinem Video, dass du dir das in ganzer voller Länge anschauen kannst. Also meine Lieben, ich weiß noch nicht so recht, was ich von diesem ganzen Thema halten soll. Weil generell finde ich es ja gut, wenn man sich mit dem Thema Pandemie und auch Vorsorge dagegen beschäftigt. Allerdings haben uns die Erfahrungen aus der Vergangenheit gezeigt, dass man das Ganze ja auch aus einem anderen Blickwinkel betrachten sollte. Weil ich fand es damals schon einen sehr, sehr großen Zufall, dass die letzte Pandemieübung im Oktober 2019 stattgefunden hat. Und direkt einen Monat danach mit Corona wirklich eine Pandemie auf die Welt gekommen ist. Also da kann man wirklich sagen, war wohl sehr gutes Timing. Deswegen gibt es jetzt auch schon die ersten Stimmen, die sagen, dass direkt nach der nächsten Pandemieübung 2025 dann direkt wirklich wieder eine neue Pandemie kommt, die auf die Welt kommt und dass man sich darauf vorbereiten soll. Und in dem Video, was ich ja gerade angeteasert habe, da wird nicht mehr von Millionen Toten gesprochen, sondern wirklich von Milliarden wird dort gesprochen. Und hauptsächlich von vielen Kindern, die dort sterben, dass es viel ansteckender ist. Also das wird noch viel, viel schlimmer werden. Ja, ich meine, was denkst du denn dazu? Glaubst du 2025 wird die nächste Pandemie auf uns zukommen, so wie es hier geprobt wird? Oder ist das Ganze wirklich nur eine Simulation und nichts des Ganzen wird passieren? Schreib es auf jeden Fall mal in die Kommentare. Das würde mich interessieren. Und eine wichtige Sache, die im Video noch angesprochen wird, darauf möchte ich noch mal ganz kurz eingehen. Hier der kurze Einspieler dazu. Trust. This is an essential issue. And trust was broken among countries between populations and healthcare systems, between healthcare systems and government. Du siehst also, hier wird über das Thema Trust, zu deutsch Vertrauen gesprochen. Und da muss man was sagen, das Vertrauen ist durch Corona weg. Abseits von den ganzen wirtschaftlichen Folgen und dass dort viel Geld verbrannt worden ist. In Corona gab es massenhaft Lügen, die aufgedeckt worden sind. Es gab massenhaft Diskriminierung. Und ich glaube, das macht eine Bevölkerung nicht noch einmal mit. Und das ist halt auch der große Punkt. Die Corona-Maßnahmen, die wir jetzt hatten, die haben so viel Vertrauen in die Politiker und in unser Gesundheitssystem zerstört, sodass wir dann bei einem wirklich gefährlichen Virus eine richtige Katastrophe erleben werden, weil die Leute dann einfach nicht mehr an die Maßnahmen glauben, weil sie sagen, ach, das ist ja wieder so Mist wie Corona. Es wird ja sowieso wieder nur gelogen. Und dann gibt es wirklich richtig große Probleme. Und wenn dann nämlich sehr, sehr viele Menschen sterben, weil der Virus wirklich ernst ist, dann geht das wirklich auf die Kosten aller Politiker, die einfach in Corona komplett das Vertrauen in unser Gesundheitssystem und in die Politik zerstört haben. Weil das beschützt uns nämlich dann nicht mehr davor, dass wir bei einem richtigen Virus uns richtig vorbereiten können, egal wie dringend dann unser Lauterbach wieder dasteht und die Alarmglocke läutet.